Horoskop für heute, Stier, 10. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Mit dem heutigen Mond sind Sie eher geneigt, Harmonie oder Gesellschaft zu suchen. Die heutigen Transite können die Kommunikation verwehren und sind nicht ideal für solide Entscheidungen. Außerdem fühlen Sie sich möglicherweise nicht vollständig verstanden, insbesondere wenn es um ein besonderes Interesse, einen Freund, einen Traum oder einen langfristigen Plan geht. Sie benötigen möglicherweise mehr Zeit, um sich auf Ihre Intuition zu verlassen, bevor Sie jetzt Dinge entscheiden und Ablenkungen erschweren, dies vorübergehend. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es am besten ist, den heutigen Tag nicht für ein wichtiges Gespräch zu wählen. Versuchen Sie, starre Sichtweisen auf die Dinge loszulassen, und wenn Sie feststellen, dass Sie aus Ihren Unsicherheiten oder Ängsten heraus handeln, ersticken Sie dies so schnell wie möglich im Keim. Wenn es um unseren sich ständig verändernden und wunderschönen Himmel geht, gibt es viele verschiedene Himmelsobjekte zu beobachten. Während die Himmelskörper und Planeten als die mächtigsten und kraftvollsten gelten, die es zu interpretieren und zu verfolgen gilt, bringen die Asteroiden subtile Details über die Evolution der Menschheit ans Licht. Heute wechselt der als Pallas bekannte Asteroid in das Sternzeichen Schütze. Pallas lehrt uns das Gleichgewicht zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen und ermutigt uns, Weisheit und Mut in unser Leben zu lassen, insbesondere in Bezug auf unsere Gefühle und Beziehungen. Nutzen Sie diese Energie in Zukunft. Mit Pallas im Schützen können Abenteuer, Erkundungen und Reisen besonders inspirierend sein. Schwingen Sie sich in die Lüfte. Nehmen Sie Ihre Träume ernst. Wenn die Sonne in der Jungfrau dem rückläufigen Saturn in den Fischen gegenübersteht, ist es an der Zeit, Ihre Hoffnungen und Wünsche zu priorisieren. Sie sind vielleicht in einer übermäßig praktischen Stimmung. Es könnte weit hergeholt sein, einen Traum zu verfolgen, auch wenn Sie das Zeug dazu haben. Sie müssen sich jedoch selbst ernster nehmen, wenn Sie einen Traumjob, ein Leidenschaftsprojekt oder eine Idee haben, die Sie verwirklichen möchten. Niemand sonst wird es für Sie tun. Übernehmen Sie die Verantwortung für die Erfüllung Ihrer Träume in Ihrem Berufsleben. Sie sind ehrgeizig und vergessen manchmal die Freude, die Sie dabei haben werden. Versuchen Sie, ein Quiz zu entwickeln, das Sie sich ein paar Mal im Monat stellen können. Nennen Sie es das Kreature-Komfort-Quiz. Die Fragen sind Ihnen überlassen. Hier sind einige Beispiele. Habe ich genug Schaumbad im Haus? Habe ich Kleidung, die meiner Figur schmeichelt? Oder muss ich ein paar Basics einkaufen? Habe ich mein Lieblingsobst im Haus? Und so weiter. Mit ein wenig Selbstbefragung werden Ihnen viele Ideen einfallen, die Sie zum Lächeln bringen. Sie können im Tagesverlauf mit Höhen und Tiefen rechnen. Sie kommen in eine Phase, in der Sie sich selbst in Frage stellen und einige wichtige Entscheidungen treffen müssen, vor allem in Ihrem Privatleben. Einige Probleme im Zusammenhang mit Gruppenprojekten, an denen Sie kürzlich beteiligt waren, dürften ebenfalls auftauchen. Ein Rechtsstreit könnte die Situation verkomplizieren, seien Sie also wachsam und umsichtig, insbesondere wenn Sie einen Vertrag unterzeichnen. Darüber hinaus könnte ein kleiner Zwischenfall und eine unerwartete Situation eintreten und die Probleme, die die jüngsten Ereignisse verursacht haben, noch verstärken. Wenn der Mond während des ersten Mars-Wochenendes in Ihrem Kommunikationssektor in Ihrem Beziehungssektor steht, bietet dies einen frühen Anstoß, um Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Für den Mond ist dies ein routinemäßiger monatlicher Besuch, der Sie einige Tage lang emotional beschäftigt, Da Venus dieses Jahr jedoch nur 15 Tage davon entfernt ist, die erste planetarische Aktivität an der Beziehungsfront zu beginnen, dient dies auch als Vorschau auf das, was kommen wird. Mars wird nicht nur bei Venus Ankunft in Ihrem Kommunikationssektor bleiben, sondern während seiner gesamten Zeit in Ihrem Beziehungssektor. Wenn der Mond am ersten Wochenende des Mars in Ihrem Kommunikationssektor in Ihrem Beziehungssektor steht, ist das sowohl ein kurzfristiger als auch ein langfristiger Vorteil. Kurzfristig ist dies eine Chance für Ihre Beziehungen, von Mars neu im Kampf gegen Kommunikationsbarrieren zu profitieren, während Sie gleichzeitig einen Vorgeschmack auf die Dinge bekommen, die kommen werden, wenn Venus, der Planet der Liebe, später im Monat in Ihren Beziehungssektor zurückkehrt. Täglicher Planetenüberblick Auf einer persönlicheren Ebene könnte der heutige Tag Gefühle der Anziehung und Sehnsucht wecken, die schwer zu ignorieren sind. Sie könnten feststellen, dass Sie sich in Ihren Beziehungen eine tiefere, sinnlichere Verbindung wünschen. Es ist völlig natürlich, sich nach Intimität zu sehnen, sich jemandem sowohl körperlich als auch emotional nahe fühlen zu wollen. Diese Wünsche sind Teil unserer menschlichen Erfahrung. Aber wenn Sie sich unentschlossen fühlen, kann sich diese Sehnsucht schnell in Angst verwandeln. Haben Sie sich jemals zwischen Ihren tiefsten Wünschen und der Angst, die falsche Wahl zu treffen, hin- und hergerissen gefühlt? Es ist ein heikles Gleichgewicht, und heute könnten Sie mit genau diesen Gefühlen ringen. Wenn Sie schon einmal in diesem Zwiespalt gefangen waren, etwas zu wollen, aber nicht zu wissen, wie Sie es angehen sollen, sind Sie nicht allein. Heute könnten diese Gefühle an die Oberfläche kommen und Sie dazu anregen, sich ihnen zu stellen. Es ist in Ordnung, sich dabei Zeit zu lassen. Sie müssen keine Entscheidungen überstürzen, nur weil Ihre Emotionen überhand nehmen. Haben Sie bemerkt, dass der richtige Weg oft klarer wird, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um innezuhalten und nachzudenken? Heute sollten Sie auf die Versuchung achten, zu viel zu essen, um mit diesen intensiven Emotionen fertig zu werden. Ob es nun Essen, Trinken oder Ablenkungen wie gedankenloses Scrollen sind, es ist leicht, sich diesen Annehmlichkeiten zuzuwenden, wenn Sie sich unsicher fühlen. Aber ruhig zu bleiben und diesen Impulsen zu widerstehen, ist Ihre beste Chance, Ihre Gefühle auf gesunde Weise zu bewältigen. Wenn Sie feststellen, dass Sie nach dem zusätzlichen Stück Kuchen greifen oder über einen Kauf nachdenken, den Sie nicht wirklich brauchen, halten Sie einen Moment inne. Fragen Sie sich, ob dies wirklich das ist, was Ihnen auf lange Sicht ein besseres Gefühl gibt. Oft brauchen wir am meisten nur ein wenig Raum zum Atmen, einen Moment, um darüber nachzudenken, was wirklich unter der Oberfläche vor sich geht. Trotz dieser emotionalen Herausforderungen durchströmt Sie heute auch ein starkes Gefühl geistiger und körperlicher Stärke. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um die schwierigen Entscheidungen anzugehen, die Sie bisher vermieden haben. Vielleicht liegt Ihnen schon seit einiger Zeit etwas auf der Seele, eine Entscheidung, die Sie aufgeschoben haben, weil sie sich überwältigend anfühlt. Heute haben Sie die Klarheit und den Mut, sich ihr direkt zu stellen. Nehmen Sie sich Zeit, um alle Einzelheiten sorgfältig abzuwägen, bevor Sie zu einer Schlussfolgerung kommen, aber vertrauen Sie sich selbst, wenn Sie Ihre Entscheidung getroffen haben. Haben Sie schon einmal eine schwierige Entscheidung getroffen und, obwohl sie schwierig war, danach ein Gefühl der Erleichterung verspürt? Diese Art von Energie können Sie heute nutzen. Wenn Sie sich entschieden haben, stehen Sie selbstbewusst dazu und vermeiden Sie es, an sich selbst zu zweifeln. Im Berufsleben sind Ihre Energie und Ihr Mut so hoch wie nie zuvor. Sie haben alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. Es ist leicht, sich von komplizierten Details ablenken zu lassen, die zwar interessant erscheinen, Sie aber letztendlich von Ihren Hauptzielen ablenken. Waren Sie schon einmal so auf einen kleinen Teil eines Projekts konzentriert, dass Sie den Blick für das Gesamtbild verloren haben? Versuchen Sie heute, die Dinge besonnen und vernünftig anzugehen. Indem Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, vermeiden Sie unnötige Verzögerungen und erreichen effizienter ein erfolgreiches Ergebnis.